Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. Hier geht es weiterhin um die Grundlagen von der Elektrotechnik. Genauer genommen wird es heute um die Reinschaltung gehen. In dem ersten Teil haben wir uns mit dem ohmischen Gesetz beschäftigt. Das heißt, das hier findet ihr, wenn ihr im Stichwörterverzeichnis der EHK-Formelsammlung ganz hinten unter Buchstabe O schaut für ohmisches Gesetz, führt euch zu der Seitenzahl, wo ihr diese Formel findet. Nun, wenn ihr eine Seite weiter oder schaut mal dort ein bisschen mal auf dieser Seitenzahl, blättert auch mal rum. Irgendwo findet ihr auch diese Formeln und zwar Reinschaltung von Widerständen. Um diese wird es jetzt heute gehen. Die meisten können sich darunter nichts vorstellen. Es gibt tatsächlich noch mehr Formeln als jetzt nur diese Hauptformel, wo wir uns in dem ersten Teil beschäftigt haben. Jetzt geht es als allererstes um die erste Formel. i-Gesamt ist i1 gleich i2 gleich i3. Was bedeutet das? Die meisten können sich unter dieser Formel nichts vorstellen. Jetzt möchte ich euch zunächst mal eine bildliche Erklärung geben. Diese dürft ihr aber auf keinen Fall in der mündlichen so sagen. Und zwar, es geht darum, dass hier die bildliche Erklärung ist, Strom fließt wie Wasser. Und ich erkläre zunächst mal, was das bedeutet. Aber das hier dürft ihr auf keinen Fall in der mündlichen sagen, wenn ihr in der mündlichen NTG gefragt werdet, erzählt mal was zu Elektrizität. Da könnt ihr nicht sagen, Strom fließt wie Wasser. Das wäre jetzt nicht so gut. Was die hören wollen, ist auf jeden Fall dieses Gesetz hier. i-Gesamt ist gleich groß i1 und so weiter. Aber nicht das hier. Das hier. Ich benutze diese Erklärart einfach, um euch das besser darstellen zu können. Dann kann man die Formel auch einfacher verstehen. Nun kommen wir jetzt zu der Bedeutung. Was heißt Strom fließt wie Wasser? Stellt euch mal vor, das hier ist eine Leitung und hierdurch würde einfach Wasser fließen. Wir machen diesen Wasserhahn auf und am Anfang stellen wir den Wasserhahn so ein, dass da durch diese Leitung einfach 2 Liter die ganze Zeit fließen. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, an dieser Stelle des Wasser oder der Leitung befinden sich ja 2 Liter. An dieser Stelle hier der Leitung befinden sich ja 2 Liter. Genauso wie hier befinden sich 2 Liter. Denn ihr seht, nirgendwo, woher soll noch mehr Wasser oder irgendwie Wasser verschwinden. Das kann es ja hier in der Leitung gar nicht passieren. Es sei denn, wir drehen ja hier an dem Wasserhahn. Aber das ist jetzt nicht die Ausgangslage. Sondern wir stellen den ein und überall wäre jetzt in dieser gesamten Leitung, das ist so bildlich zu verstehen, überall fließen 2 Liter. Das bedeutet, genau hier an dieser Stelle sind ja auch 2 Liter. So wie hier. Jetzt kann man das Ganze umsetzen für den Stromfluss. Und zwar kann man sich das so vorstellen, wenn am Anfang gesagt wird, dass in dieser Schaltung wir jetzt 2 Ampere haben. So. Dann sind jetzt genau an dieser Stelle auch 2 Ampere. So wie an dieser Stelle befinden sich 2 Ampere. Genauso wie hier, wo sich der erste Widerstand befindet, hatten wir auch 2 Ampere. Somit könnten wir hinschreiben, I1 ist gleich 2 Ampere. Hier vorne sind 2 Ampere. Hier bei dem zweiten Widerstand sind auch 2 Ampere. Somit I2 sind 2 Ampere. Das ist nämlich wichtig zu verstehen, Strom wird nicht verbraucht, so wie die meisten das üblich sagen. Wenn ihr bei NTG die volle Punktzahl haben wollt, dann müsst ihr das verstehen. Okay, Strom wird nicht verbraucht. Strom fließt überall gleich oder überall in der Leitung liegt gleich viel Strom an. Genauso wie hier befinden sich 2 Ampere. So wie hier an dem dritten Widerstand befinden sich jetzt auch 2 Ampere. So wie hier am Ende haben wir ja auch 2 Ampere. Denn wie gesagt, wenn ihr euch das als Wasser vorstellt, hier fließt überall Wasser nirgendwo, kommt etwas hinzu oder geht irgendwo verloren. Somit ist bis am Ende haben wir den gleichen Wert. Und hier haben wir dann 2 Ampere überall in dieser gesamten Schaltung. Somit hoffe ich mal, dass dieser Satz Strom fließt wie Wasser. Das wird später, wenn wir uns noch mit komplexen Sachen beschäftigen, wie vielleicht Parallelschaltung oder gemischte Schaltung, wird das noch viel, viel mehr Sinn ergeben. Man muss das, deswegen bringe ich das jetzt schon mal hier rein, damit ihr das schon mal anfangt, das zu üben. Dann habe ich hier noch hingeschrieben, am Anfang der Schaltung ist gleich viel Strom wie am Ende der Schaltung. Das ist einfach nur so ein kleines Grundwissen, was man haben kann. Ist halt hilfreich. Somit kann man nicht hergehen und sagen, na gut, wenn wir hier 2 Ampere haben, dann haben wir hier 0 Ampere. Das funktioniert so nicht. Genauso wie hier am Ende sind 0. Nein, das wäre jetzt leider falsch. Das heißt, hier vorne I Gesamt oder I am Anfang an haben wir 2 Ampere. Somit haben wir in der gesamten Schaltung 2 Ampere. Und daher ist jetzt diese Formel entstanden. Wenn I Gesamt 2 Ampere ist, dann ist I1 auch 2 Ampere. Also dann ist I2 auch 2 Ampere. Und dann ist I3 auch 2 Ampere. Das ist alles gleich. Jetzt habe ich noch eine Übung vorbereitet. Zu besserem Verständnis. Jetzt können wir diese Formel nutzen, wenn wir jetzt dieses Verständnis haben. Zum Beispiel ist in dieser Aufgabe jetzt I3 gesucht. Man fragt jetzt, was für ein Strom ist an diesem Widerstand hier? Wie kann man das jetzt herausfinden? Nun, wir wissen ja, dass I Gesamt 14 Ampere sind. Also liegen hier, hier in der gesamten Leitung sind 14 Ampere, weil es ja eine Reihenschaltung ist. Somit wird hier ja auch 14 Ampere sein. Wegen dieses Gesetzes. Wie muss man das aber richtig dokumentieren? Und zwar muss man das bei NTG folgendermaßen so schreiben. Wir suchen I3. Also schreiben wir als allererstes I3 ist gleich groß wie I Gesamt. Jetzt müsst ihr nur gucken, wie groß ist denn I Gesamt? Naja, das ist dann 14 Ampere. Ihr seht, wenn ihr das so hinschreibt, bedeutet das einmal I Gesamt sind 14 Ampere. Aber auch gleichzeitig bedeutet das dann auch, dass I3 gleich ist wie 14 Ampere. Das ist quasi die Aussage, wenn ihr das so schreibt. Und gehen wir zu der nächsten Übung, die ich jetzt mal vorbereitet habe. Ich mache es mal hier. In dieser Aufgabe, also wie kann man jetzt diese Formel, ich sage ich mal diese hier nutzen? Wie kann man diese Formel hier jetzt nutzen? Nun, in der Prüfung müsst ihr eine Kombination machen. Und zwar, wenn ihr eine IHK-Prüfungsaufgabe, sieht dann so aus. Ihr habt hier eine Skizze gegeben. Dann habt ihr hier nur zwei Werte gegeben. Und gesucht ist U2. Wie kann man mit Hilfe dieser zwei Werte jetzt an U2 herankommen? Nun, wir müssen jetzt eine Kombination machen von diesem Gesetz und dem Hauptgesetz. Das möchte ich euch erstmal demonstrieren. Wie macht man das? Wie geht man hier zu der Lösung vor? Also, der Knackpunkt hier ist zu erkennen, dass wir I1 gegeben haben. Also können wir auch I2 ausrechnen. Ich kann mal jetzt hier hinschreiben, I2 ist gleich groß I1. Und das sind ja dann 10 Ampere. Hier als allererstes haben wir jetzt diese Formel benutzt. Somit können wir hier hinschreiben, sagen wir mal, hier sind I2 10 Ampere. Aber was hilft uns diese Formel, damit wir an U2 herankommen? Weil wir haben ja immer noch kein U2 rausbekommen. Nun, jetzt müssen wir das Gelernte aus dem ersten Video ansetzen. Wenn wir zwei Werte gegeben haben, dann können wir mit Hilfe der Hauptformel den dritten Wert ausrechnen. Siehe da, wir haben hier zwei Werte. Also können wir die Hauptformel erstmal hinschreiben. I ist nichts anderes als U durch R. Gesucht ist ja U, also stellen wir diese Formel nach U um. Uns stört hier R, soll verschwinden. Hier steht geteilt durch. Wir machen das Gegenteil. Jetzt steht hier U2 ist nichts anderes als I2 mal R2. Wir können nun die Werte einsetzen. I2 haben wir jetzt 10 Ampere mal 3 Ohm. Somit erhalten wir hier 30 Volt. Ihr seht, in dieser Aufgabenstellung musste man eine Kombination machen zwischen dieser Formel und der Hauptformel, damit man zu der Lösung kommt. Das ist das, was trainiert werden muss, dass man das erkennt, diese Kombinationen jetzt. Kurz noch zu der Aufklärung. Manche kommen noch auf die Idee, diesen Schritt hier zu überspringen. Manche denken sich, ach das ist ja so einfach, I2 ist ja 10 Ampere, ist doch klar, das brauche ich gar nicht hinschreiben. Ich mache sofort einfach nur das hier unten. Das könnt ihr so leider nicht machen. Also ich sage es mal so, leider würdet ihr jetzt hier nicht die volle Punkte kriegen in der Prüfung, denn nirgendwo ist in der Aufgabe dokumentiert, wenn ihr hier diesen Schritt überspringt, dass I2 10 Ampere sind, sondern hier in der Aufgabenstellung steht ja nur I1 sind 10 Ampere und R2 sind 3 Ohm. Und wenn ihr das hier rauslassen würdet und nur das hier hinschreiben würdet, ja, ihr habt recht mit 10 Ampere mal 3, aber woher habt ihr die 10 Ampere? Das muss man halt dokumentieren, wie man draufgekommen ist und so macht man das halt. Nun kommen wir zu einer Reihe von Übungsaufgaben, die ihr mal alleine versuchen könnt jetzt zu lösen. Pausiert bitte das Video, versucht diese Aufgabenstellung jetzt alleine zu lösen. Ich habe jetzt zwei Aufgaben für euch vorbereitet. Das hier ist Aufgabenteil 1, anschließend das hier ist Aufgabenteil 2. Versucht, Aufgabenteil 2 ist ja B und C. Versucht das mal für euch alleine zu lösen. Hier unten müsste eigentlich, hier vorne steht eine Reinschaltung, besteht aus einem Laptop, Kühlschrank und einem Handy. An dem Handy messen wir 5 Ampere, also hier müsste eigentlich I zum Beispiel H hinstehen. I, H sind 5 Ampere. Versucht diese Aufgabenstellung jetzt alleine zu lösen. Pausiert das Video, denn ich zeige euch jetzt die Lösung. Kommen wir zu der Lösung von dem ersten Teil. Hier war ja I1 gesucht. Und das kann man so machen, I1 ist gleich groß I Gesamt und das sind 2 Ampere. Oder I2 war ja auch gesucht, also das macht man genau das Gleiche. Man kann das aber auch noch abkürzen, wenn man sich mit verschiedenen Vorgehensweisen auskennt. Man könnte auch I1 ist ja gleich groß wie I2 und beides ist ja gleich groß wie I Gesamt. Das ist ja wegen dieser Formel hier. Deswegen kann man das auch so schreiben. Für beide Varianten würdet ihr volle Punkte kriegen. Und hier ist dann die Lösung zu dem zweiten Teil. Um an R Gesamt zu kommen, müssten wir ja I Gesamt rausbekommen als allererstes. Wie es sonst geht, kann man die Aufgabe nicht lösen. Und das machen wir so, I Gesamt ist so groß wie I H und das sind dann 5 Ampere. Das heißt, überall hier in der Leitung liegen 5 Ampere. Jetzt können wir die Hauptformel nutzen, diese stellen wir oben nach R Gesamt. Und wir erhalten am Ende 2 Ohm. Das müsste bei euch als Antwort rauskommen. Quiz, also Frankenteil C. Am Anfang der Schaltung haben wir 5 Ampere und am Ende der Schaltung haben wir auch 5 Ampere. Das ist halt jetzt sehr wichtig. Hier müsste Schaltung stehen, dass Strom nicht verbraucht wird. Nun geht es weiter zu dem zweiten Teil. Was haben wir jetzt hier? Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Widerstand in der Reihenschaltung. Ich habe hier zwei Widerstände schon mal vorbereitet. Eine Skizze gesucht ist R Gesamt. Schauen wir uns mal hier diese Formel an. Ihr seht, mit Hilfe der Hauptformel, wir sind hier aufgeschmissen. R Gesamt kann man nicht ausrechnen mit Hilfe der Hauptformel. Somit müssen wir andere Gesetze anwenden. Und hier geht es ja um die Reihenschaltung. Also schauen wir auch bei der Reihenschaltung. Siehe da, hier kann man R Gesamt tatsächlich auch anders berechnen. Und zwar indem wir alle Widerstände einfach zusammen addieren. Und das machen wir jetzt. R Gesamt ist nichts anderes als R1 plus R2. Wir haben hier 10 Ohm plus 40. Das wäre jetzt die Lösung, wenn wir jetzt dieses Gesetz hier nutzen. Ich habe noch weitere Aufgaben vorbereitet. Zur Erklärung zunächst mal. Keine Sorge, gleich gibt es auch noch Übungsaufgaben. Man kann dieses Gesetz auch nutzen, um einzelne Widerstandswerte auch zu berechnen. Ihr seht, uns fehlt hier vorne R2. Und wir wissen, dass R Gesamt 75 ist. Das heißt, wie ist die Zahl 75 zustande gekommen? Naja, wir haben 15 plus 25 plus irgendwas und das ergibt 75. Wie kann man jetzt diese Rechnung dokumentieren folgendermaßen? Wir suchen R2. Und wie können wir R2 ausrechnen, wenn wir von R Gesamt R1 abziehen und zusätzlich noch R3 abziehen? Das wird uns dann R2 geben. 75 minus die 25 minus die 15. Wir können jetzt hinschreiben, R2 wären dann hier 50, 35. Und somit haben wir jetzt R2 rausgefunden. Mithilfe dieser Formel natürlich und nicht der Hauptformel. Denn die nutzt jetzt gar nichts. Jetzt kann man hier mit natürlichen paar Tricks auch machen. Hier vorne muss man jetzt diese Formel in Kombination mit der Hauptformel nutzen, damit wir auf unsere Lösung kommen. Was ist hier gegeben? Ihr seht, R Gesamt ist gegeben und R1. Gesucht ist aber U2. Und wie kann man das machen? Nun, wir suchen zunächst mal, fehlt uns R2. Wie können wir R2 berechnen? Indem wir ganz einfach von, ich mache mal R2, ist nichts anderes als R Gesamt minus R1. Das heißt, von unseren 120 um, ziehen wir die 100 ab und wir erhalten 20 für R2. Da wir jetzt zwei Werte hier gegeben haben, I und R, können wir unsere Hauptformel nutzen, um an den dritten Wert zu kommen. Das ist, was man hier trainieren muss mit diesen Formeln, dass man diese Formeln quasi hin und her jonglieren kann. Hauptformel und diese Nebenformeln. Wie ist die Formel umgestellt? Wir suchen ja eigentlich U, uns stört der Widerstand. Hier steht ja geteilt durch R, wir machen mal R. Somit wäre nichts anderes als U2, wäre jetzt hier I2 mal R2. Setzen nun die Werte ein, 4 Ampere mal 20 U. Das sind dann 80 Volt. Dieses Jonglieren mit diesen ganzen Formeln zwischen dieser Formel und der Hauptformel, dann zwischen R Gesamt und der Hauptformel, das muss natürlich trainiert werden, damit in der Prüfung das sofort klick, klick, klick macht und zack, zack, zack geht und nicht erstmal eine halbe Stunde nachgedacht wird, was muss denn hier gerechnet werden. Das sind ungefähr 3 bis 4 geschenkte Punkte. Wenn das ganz schnell geht, hat man das innerhalb von 2 Minuten gelöst. Was habe ich für euch jetzt für diesen Widerstand jetzt aufgeschrieben? Hier habe ich einen Merksatz aufgeschrieben, der sehr interessant ist. Der einzelne Widerstand wird eingebaut und hat immer den gleichen Wert. Ich möchte das euch erstmal erklären. Nehmen wir mal an, hier unser erster Widerstand, der in elektrischen Geräten überall eingebaut wird, der hat einen Widerstandswert von 100 Ohm. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wenn diese drei Widerstände aus irgendwelchen Gründen auch immer verschwinden, hat dieser Wert weiterhin 100 Ohm. Oder hat dieser Widerstand weiterhin 100 Ohm. Wenn wir diesen Widerstand von hier nehmen würden und hier oben platzieren würden, dann hätte der trotzdem weiterhin 100 Ohm. Der Wert ändert sich niemals von dem einzelnen Widerstand. Das ist nämlich ein Knackpunkt. Warum erzähle ich euch das? Es gibt Aufgaben, wo drin steht, das hier ist eine Reihenschaltung und ihr kriegt R1 und R2 sind gegeben. Dann steht Aufgabenteil A, berechnen Sie bitte I Gesamt. Dann kann man das mit irgendwelchen Formeln machen. In dem Aufgabenteil B steht dann dort, diese beiden Widerstände werden jetzt anders angeschlossen, zum Beispiel in der Parallelschaltung. Jetzt muss man selbst drauf kommen, ich darf den einzelnen Widerstandswert von R1 und R2 aus der Aufgabenstellung A übernehmen, denn dieser ändert sich nie. Der bleibt einfach fester. Der Wert, der einzelne Wert, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass man das versteht für Aufgabenstellungen. Denn in manchen Aufgaben steht nicht, bitte übernehmen Sie die Widerstände von der Aufgabenteil A oder sonstiges. Da müsst ihr selbst drauf kommen, Moment mal, der Wert bleibt ja gleich, also kann ich den einzelnen Widerstand übernehmen. Man darf aber nicht R-Gesamt übernehmen. Und dazu komme ich ein anderes Mal. Wieso, weshalb? R-Gesamt ist nicht erlaubt. Nur einzelne Widerstand, nur der Wert eines einzelnen Widerstands darf man übernehmen. Jetzt kommen wir zu den Übungsaufgaben. Wie gesagt, pausiert das Video bitte, schaut euch das mal in Ruhe an und versucht das selber jetzt zu lösen. Ich zeige euch gleich die Lösung. Hier ist der Gesamtwiderstand gesucht. In dem Teil B auch Gesamtwiderstand. Dann gibt es hier noch Teil C und Teil D. Pausiert das Video jetzt in Ruhe. Ich scrolle jetzt weiter zu der Lösung. Also in dem ersten Teil war ja R1 und R2 sind 50 oben. Dann müssen wir das einfach nur zusammen addieren. Nichts Besonderes. Hier in dem Aufgabenteil B habe ich extra hingeschrieben, dass wir einen zusätzlichen Widerstand einbauen. Das heißt, R3 hat jetzt hier 25 Ohm. Und jetzt müsste man halt selbst sagen, na gut, R1 und R2 sind ja weiterhin 50, so wie in der Aufgabenstellung A. Das muss ja dann keiner schreiben, sondern ist einfach R1 plus R2 plus R3 125. Dann kommen wir hier zu der Lösung. Hier müssten wir die Formel umstellen nach R2. Müsste 20 rauskommen. So wie hier vorne ist I Gesamt gesucht. Um an I Gesamt heranzukommen, muss man zuallererst R Gesamt ausrechnen. Danach kann man die Hauptformel nutzen. Und man kann dann, oder es kommt ein Wert von 2 Ampere dann raus. Ich hoffe, ihr habt das richtig gemacht. Falls nicht, falls irgendwas Unklar ist, einfach Fragen in den Kommentaren stellen. Wir kommen hier zu dem dritten und der letzten Formel. Und zwar geht es um die Spannung in der Reihenschaltung. Ihr seht, die Formel an sich ist eigentlich gleich wie bei R Gesamt. Somit ist hier nichts Neues. Wenn zum Beispiel U2 gesucht wird, dann können wir hier ganz einfach hinschreiben. U2 ist nichts anderes als U Gesamt minus U1 minus U2. Dann haben wir 120 Volt minus die 20 minus die 80. Und wir erhalten hier U2 in Höhe von 20 Volt. Man kann hier natürlich auch, wenn zum Beispiel U1 und U2 gegeben sind. Ihr seht ja, U2 sind 20 Volt. Dann kann man auch U Gesamt suchen. Indem man alle zusammen addiert, muss er dann auch 120 ergeben. Das sind dann halt die ganzen Spielchen, die man machen kann. Ich habe hier noch eine Übung vorbereitet. Hier geht es darum, dass wir R1 suchen. Und jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir an R1. Natürlich würden wir ja gerne die Hauptformel nutzen. Aber uns fehlt hier einfach U1. Wenn zwei Werte gegeben sind, dann können wir ja die Hauptformel nutzen, um den dritten auszurechnen. Wie machen wir das? Ihr seht hier vorne, U Gesamt sind 20, U2 sind 5. Das heißt, wir nutzen halt noch diese Formeln und diese stellen wir halt um nach U1. Naja, U1 wäre jetzt in diesem Fall nichts anderes als U Gesamt minus U2. Von den 20 Volt ziehen wir die 5 ab. Wir erhalten hier 15 Volt. Somit haben wir jetzt die zwei Werte gegeben. Wir können die Hauptformel nutzen. I ist U durch R. Das ist quasi, was man die ganze Zeit trainieren muss. Wenn etwas unter dem Bruchstich gesucht wird, R ist ja jetzt gesucht. Ich hoffe, ihr habt euch in dem ersten Video das angeguckt. Ich habe da erklärt, einfach nur hier Plätze tauschen, R und I. Somit haben wir hier R ist nichts anderes als U durch I. Also R, was haben wir hier? 1 ist nichts anderes als U1 und I1. Geben jetzt die Werte ein. 15 geteilt durch die 5. Und wir erhalten dann 3 U. Das wäre es dann mit der Aufgabe. Wir kommen hier zu den Aufgaben, die ich jetzt vorbereitet habe für euch. Versucht Aufgabenstellung A zu lösen. Pausiert das Video. Löst auch Aufgabenstellung B und C. Ach, das habe ich jetzt vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Genau, ein Augenblick bitte. Und zwar hier vorne. Was habe ich jetzt hier für einen Satz für euch aufgeschrieben? Und zwar der Satz ist, die Spannung wird immer reduziert. Genau, das muss ich kurz noch erklären, bevor es weitergeht. Und zwar folgendermaßen. Das ist nämlich sehr interessant für spätere Aufgaben, wenn die ein bisschen komplexer werden. Ihr seht, bei dem einzelnen Widerstand, dieser Wert, der war ja feste. Hier ist es aber eine andere Bedeutung. Und zwar ist es folgendermaßen. Die Bedeutung ist, die Spannung wird immer reduziert. Das heißt, es geht los mit 120 Volt in dieser Reihenschaltung. Und jetzt muss man so verstehen, dass an dieser Stelle 20 Volt reduziert werden. Das heißt, es können nur noch 100 weitere Volt weitergehen. An dieser Stelle werden weitere 20 Volt reduziert. Und die restlichen 80 Volt werden genau an diesem Widerstand reduziert. Am Ende der Schaltung haben wir 0 Volt. Und auch nur so funktioniert das System. Es kann nicht sein, dass hier zum Beispiel, ich sage ich mal, dass an dieser Stelle 100 Volt reduziert werden. Und hier bei diesem Widerstand 0 Volt. Sagen wir aus irgendwelchen Gründen, U2 ist 0 Volt. Das funktioniert leider so nicht. An jedem Widerstand, das habe ich ja schon erklärt in dem ersten Video, Dort müssen immer diese drei Sachen in Kombination sein. Stromfluss, Spannung und Widerstand. Warum, weshalb, in dem ersten Video alles erklärt. Aus diesem Grund, es geht los mit 120, dann haben wir nur noch 100, dann haben wir nur noch 80. Und die restlichen 80 werden hier reduziert. Am Ende der Leitung haben wir dann 0 Volt. Das ist der Knackpunkt der Spannung. Deswegen steht hier, am Ende der Schaltung befinden sich immer 0 Volt. Und es spielt keine Rolle, wie unsere Schaltung aussieht. Es ist immer 0 Volt. Ein weiterer Hinweis, und zwar folgendermaßen, falls hier vorne nochmal den Unterschied zwischen Widerstand und Spannung. Das möchte ich mal kurz hier noch erklären, bevor ich euch diese Übungsaufgaben machen lasse. Und zwar muss man so wissen, wenn hier vorne in dieser Schaltung gesagt wird, ein weiterer Widerstand wird angeschlossen. Und nehmen wir mal an, es spielt jetzt hier keine Rolle, R3 wird hier angeschlossen. Jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, die einzelnen Widerstandswerte, die bleiben ja. Das heißt, hier hätten wir, was haben wir hier ausgerechnet? 3 glaube ich, genau. Wenn ein weiterer Widerstand hinzukommen würde, hätten wir hier weiterhin 3 Ohm. Wir hätten hier an dieser Stelle weiterhin, wie groß auch immer dieser Widerstand war, der würde bleiben. Das ist aber nicht, es gilt aber nicht für die einzelne Spannung. Die würde sich ändern. Und zwar die 15 Volt, wenn wir einen weiteren Widerstand anschließen, würden nicht mehr hier sein. Das müssten wir neu ausrechnen alles. Genauso wie auch für den Stromfluss. Das heißt, man muss sich so merken, das Einzige, was man quasi übernehmen kann aus der Aufgabenteil A, ist hier, wie gesagt, wie erwähnt, einzelne Widerstandswerte. Nur das alles andere muss man immer neu ausrechnen, wenn wir eine neue Schaltung haben, Skizze und sonstiges. Gut, ich zeige euch jetzt hier die Übungsaufgabe. Das war jetzt, das ist ja jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Das ist nur für später interessant, wenn man halt ein bisschen komplexere Aufgaben haben, werde ich aber noch genauer darauf eingehen. Also das war Aufgabenteil A. Hier geht es um Aufgabenteil B und C. Deswegen, wie viel Spannung haben wir am Anfang und am Ende der Leitung? Hier haben wir noch Aufgabenteil D. Gut, ich hoffe, achso, genau, die Lösungen noch hier vorne. U-Gesamt müsste bei euch 50 Volt rauskommen. Dann müsste U2 70 Volt. Ihr müsstet sagen, am Anfang der Leitung haben wir 100 Volt und am Ende haben wir ja 0. Wie groß ist I1? Da müsste irgendwie 20 Ampere rauskommen. Zunächst mal müsst ihr U1 ausrechnen. Das sind dann 100 Volt hier. Danach stellt ihr die Form oder die Hauptformel, nutzt ihr und bekommt dann 20 Ampere. Das wäre es von meiner Seite. Ach, jetzt habe ich schon wieder hier vergessen. Es geht sogar noch weiter. Tatsächlich haben wir hier noch eine Übungsaufgabe. Genau, habe ich schon vergessen. Versucht, diese Übungsaufgabe jetzt selbstständig zu lösen. Das wäre jetzt eine typische Prüfungsaufgabe, wo ihr die Hauptformel nutzen müsst, wo ihr all diese Formeln I-Gesamt, U-Gesamt und R-Gesamt anwenden müsst, damit ihr zu den Lösungen kommt. Deswegen pausiert das Video, versucht das zu lösen. Als kleiner Tipp bitte ich euch zunächst mal eine Skizze zu machen und die Werte dort einzutragen. Wenn sowas geschrieben wird, wie die Spannung beträgt 230 Volt, dann ist das die Gesamtspannung gemeint. Sonst würde dort stehen, die Spannung an U1 oder am Widerstand 2 ist so und so groß. Somit zeige ich euch jetzt, die Lösung ist hier vorne. Wie gesagt, hier in der Aufgabe steht, dass wir vier Widerstände haben, je 25 oben. Somit können wir irgendeine Reihenschaltung in Reihe geschaltet. Somit haben wir hier eine Reihenschaltung und jeweils 25 oben überall. Dann haben wir U-Gesamt mit 230 gegeben. Dann geht es los mit Gesamtwiderstand. Hier ist die Lösung, indem wir alles zusammen addieren. Aufgabe B ist Gesamtstrom. Dann kann man die Hauptformel nutzen. Aufgabe C, dann muss man hier die Stromformel von der Reihenschaltung nutzen. I2 ist gleich groß wie I-Gesamt, 2,3 und Aufgabe D wird Spannung an U4 gebraucht. Da muss man gucken, man müsste als allererstes I4 ausrechnen. I4 ist gleich I-Gesamt. Somit kennen wir jetzt I4, können die Hauptformel wieder nutzen, müssen wir diese umstellen und kommen hier zu dem Ergebnis von 57,5 Volt. Als letzte Seite haben wir hier Zusammenfassung. Also ihr dürft nicht vergessen, Strom fließt wie Wasser. Am Anfang der Schaltung gleich viel Strom wie am Ende. Der einzelne Widerstand wird eingebaut und hat immer den gleichen Wert. Es gibt Ausnahmen, temperaturabhängige Widerstände. Dazu werden wir später kommen. Aber das ist erstmal Standard, was man drauf haben muss am Anfang an. Dann die Spannung wird immer reduziert. Am Ende der Schaltung befinden sich immer 0 Volt. Ich darf auch nicht vergessen oder ich erwähne gerne, ich habe für euch natürlich Quizze vorbereitet, wie immer, wo ihr das Wissen anwenden könnt. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, so der ein oder andere, der sich nicht auskennt, diese, ich habe jetzt zwei Quizze gemacht, Teil A und dann gibt es noch natürlich hier Teil B. So in den beiden Quizzen wird genau hier drauf eingegangen, was hier in dem Video erklärt wurde, zum Beispiel hier R Gesamt muss man ausrechnen. Dann habt ihr hier die Formel gegeben. Dann müsst ihr R1 plus R2 plus R3 und das richtige Ergebnis auswählen. Achtet auf die Einheiten. Ja, das sind jetzt zehn Fragen und jeweils ist eine Antwort richtig. Ich habe hier versucht, die Werte so klein wie möglich zu halten, dass man das im Kopf rechnen kann. Das habe ich extra so gemacht, dass man das halt auf dem Handy oder einfach so nebenbei machen muss und nicht unbedingt sich konzentrieren muss. Ihr habt hier, wenn ihr das irgendwie euch anklickt, das ist auch anonym alles, so wie immer. Und ihr habt hier auch Lösungsvorschläge gegeben, wenn ihr quasi das hier abgibt, um Gottes Willen, senden. Dann könnt ihr hier auf Punkte ansehen, dann bekommt ihr hier, haben wir falsch gemacht und auch die Lösung könnt ihr drauf gehen. Dann wird euch auch die Lösung gezeigt, welche Formel hätte man nutzen können, um auf diese Lösung zu kommen. Warum ist diese richtig und nicht eine andere und so weiter. Also ich wünsche euch viel Spaß damit und viel Erfolg. Was habe ich noch hier für euch? Aha, als letztes habe ich hier und zwar zu dem Rahmenplan. Wie gesagt, in dem ersten Teil haben wir uns hiermit beschäftigt und zwar Ohmisches Gesetz. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt haben wir uns mit Reihenschaltung von Widerständen beschäftigt. Das ist jetzt auch durch. Als nächstes würden wir Parallelschaltung machen. In dem nächsten Teil werden wir uns mit Parallelschaltung mal beschäftigen, genau das gleiche machen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und viel Freude mit den Quizzen, mit den Aufgaben. Ich bedanke mich weiterhin vom ganzen Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.